Dieses zu erwerbende 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Gersthofen. Das im Jahr 1965 erbaute Objekt wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller und vier Parkplätze. Es hat vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 725 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 170 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 489.200 Euro zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Gern beantworten Sie uns. Gern beantworten Sie uns. Eine plannedynastische Übersetzung. い iento